Und wer dieses Buch Eschenhaus gerne hätte, wendet sich einfach an das Buchhaus Loschwitz direkt. Ja, entweder an uns direkt oder natürlich immer an die Buchhandlung ihres Vertrauens. Also ich hoffe, dass nicht noch mehr Buchhandlungen schließen müssen, dass wir nicht noch mehr Uniformität auch in unserer Branche haben, sondern dass es immer mutige Buchhändler gibt, die die Kraft des Buches, die Kraft des Wortes und vor allen Dingen die Kraft der Kunst nach vorne halten, sichtbar halten.